Ja hallo und willkommen zu Let's Play The Escapes. Es oder Gapscapes. Egal. Dieses Spiel kostet 3,99. Ich mache ein kleines Let's Player darüber, weil ich das Spiel schon ziemlich interessant finde. Es ist derzeit eine App auf dem Handy, weshalb ich das auch jetzt spielen kann. Und wir starten jetzt einfach mal. Okay. Ich habe bisher noch gar nicht gespielt, deswegen... naja. Filme einfach mal mit Centerpercs. Sehr einfach an. Gilt mit seinen Luxuszellen und seiner anheimlichen Gemütlichkeit als das loggeste Gefängnis der Welt. Er würde von hier fliehen wollen. Gut, dann fangen wir direkt mal hier an. Ich bin nicht Logan. Nein. 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 Gestalte Gefängnischarakter. Ey, wer kann sogar sein eigen machen? Trevor. Ich... Ich muss mal jemanden... Dann nehmen wir einfach mal... Ihn... Das ist PGLP. Das ist Agent 44. Das ist Vigno. Die sind ein paar... Officer. Aber egal. Das interessiert uns jetzt nicht. Wir fangen einfach mal an zu spielen. Das wird ein, glaube ich, interessanteres Let's Play als... Naja. Plugin-Schiss. Das natürlich auch noch weiter geht, aber es dauert noch ein bisschen. Nach dem Quali habe ich mir gedacht, ich gönne mal diese App. Mal gucken, wie es wird. Ich habe das Spiel jetzt wirklich noch niemals richtig gespielt. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie man steuert, aber wir werden es gleich erfahren. Virtuelle Steuerung. Okay. Das kann man bei A, B machen. Aha. Okay. Mit Objekten interagieren. Der Charakter wird automatisch zur Stelle gelaufen, wenn du antippst. Wenn er... Mhm. Okay. Virtuelle Steuerung. Du fließt? Toll! Jetzt geht es los. Es ist eine Zeit, den Plan in die Taten zu setzen. Das ist das Ergebnis all deiner Vorbereitung der harten Arbeit. Gehen wir es an. Brechen wir aus. Okay. Ich kann mich bewegen. Ich kann... Oh, wow. Ich habe... Ah, guck mal hier. Ähm, Zugang zu den... Luftschächten zu halten, musst du den Schreibtisch... Also, musst du auf den Schreibtisch klettern. Dann hebe den Tisch auf, indem du B drückst und trage ihn an der markierten Stelle B dorthin ab. Bitte. Da. Geh jetzt um den Schreibtisch und tippe auf Klettern, um auf ihn zu klettern. Achso. Ähm. Wo kann man klettern? Wo steht Klettern drauf? Da, klettern. Ich... Ich tippe auf den Schraubenzieher, um ihn auszurüsten. Wenn du B ausgerüstet hast, tippe B auf den... Auszubrechen, ja. A... Bewegen. Ja, wer würde schon hier ausbrechen wollen? Luxus. Und jetzt ist meins leer. Wunder. Hi, James. Oh, kann man was kaufen? Was ist das? Stück Seife. Und verlassen. Es ist an der Zeit, etwas zu basteln. Tippe auf Pause. Zum Pasieren, um dir eine Waffe herzustellen. Okay. Ich kann mir aus Seife eine Waffe machen, oder aus eine Socke. Eine volle Socke. Oh, ist das... Das ist aber eine Waffe. Lass du auf die Hand. Tippe auf B, wenn du neben dem Wärter stehst, um ihn anzugreifen. Denk dran, dass die Kämpfe die Alarmierung erhöhen. Und die Wärter werden dich angreifen, wenn du zu viel Ärger machst. Okay. Und das heißt, ich soll jetzt hier rausgehen und dann den Blatt machen. Sorry. Hast du mich jetzt? Oh. 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 Ah, cool. Das ist ja cool. Ich bin Officer. Oh, genau. Gute Idee. Jetzt kannst du eine Wächter und Doppeltur vorbei. Oh, genau. Ja, hast recht. So frisch und sauber. Ja, ja. Ich passe nun auf. Ja, danke. Ja, zufälligerweise ist hier ein Loch. Ohne Schaufel. Tippe auf die Schaufel, um sie auszurüsten. Behen zu graben. Geht nicht. Das kann man eigentlich nur das Waffe benutzen. Da. Das war jetzt kacke. Das war wirklich, das Tutorial ist total langweilig. Bisschen schwerer hätte ich es auch gerne mal gehabt. Na ja, das ist immer auch das Tutorial. Jetzt wissen wir, wie es alles funktioniert. Beziehungsweise ich weiß das jetzt. Ich schlafe. 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 Rahu verkauft an dich, weil er dich mag. Hm. Ach so. Ich will erst mal mich müde in den Oben bringen. Ja, ich weiß, ich hab's gemerkt. Ich darf trotzdem mit Brusti reden, oder? Lenkt die Wächter für mich ab, wenn wieder Abendappell ist, während ich mich davonsteuche. Ich muss eine Zelle durchsuchen. Okay. Ich möchte euch einen Lob aussprechen. Danke. Wir haben ja so was Gutes getan, also. Folgende Maden bekommen ihre... Was? Raphael und Nathan. Der möchte auch einen Gefallen. Komm her! Bleib stehen! Hör auf! Ich bin schneller als ihr! Brucey? Nee. Wir brauchen Hilfe. Wand! Wand! Bleib stehen! Hey, bleib stehen! Geht's noch? Agent 44. Achso, genau. Das hab ich ja schon gemacht. Am Abendappell muss ich so was machen. Nehmen. Nehmen. Ich hab Hunger. Ich will... Oh, hab ich. Ach, gut. Hinsetzen. Essen. Mmh. Essen. Das stinkt ja. Wieso? Das ist ein Luxuscenter. Sei doch nicht so. Aha. Für die Flucht musst du Ressourcen sammeln, die du brauchen wirst. Ah, pass auf, wo du illegale Gegenstände lagerst. Okay. Am Abendappell. Da muss ich die Wächter ablenken. Ich sollte... Ähm... Dann Agent 44 vielleicht begleiten. Oh. Sorry, ich wollte nicht machen. Ich geh nur. Ich geh wieder rein. Falls du auf mich sauer bist, das ist nicht meine Schuld. Aufwärtser Chip. Kann man bei den Chips kaufen? Ben Clay ruft die Polizei. Oh, da reicht es. Trainieren. Fitnessraum. Oh, ja. Trainieren. Mach Muckis. Äh. Äh. Ich gewinne. Ja. Komm. Schaff das. Ich mach mit so einem Muskelbrutz. Ja. Ich mach bis 50, meine Muckis. Na geil, die Polizisten verprügeln. Gut. Fertig mit trainieren. Ein bisschen schneller werden da unten. Nee. Laufen. 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 Oh, verdammt, kommt so das Fehlenergie. Hi, Bigi LP. Du möchtest was verkaufen? Oh, warte. Bist du Agent 4? Nein, das ist Nathan. Was möchtest du, Nathan? Nathan, bleib stehen. Was machst du da, Nathan? Du brauchst doch etwas von mir. Am Morgenappell. Okay. Er ist am Morgenappell. Aber ich sollte erst mal... Kann ich noch was essen? Hi. Ich hole mir nur was zu essen. Es ist nichts mehr zum Essen da. Ich bin so traurig. Mittagessen. Ach, da bist du ja. Ich kann 44. Hey, ich will essen. Gib mir Essen. Essen. Irgendwo. Essen. Mr. Gabel. Essen. Habe ich Essen. Will essen. Ich wurde abgezogen. Ich habe nicht so... Ups. Ich weiß nicht, oder? Wenn ich sie mache, oder? Ja, ich habe es noch genommen. Ja. Hinsetzen. Hinsetzen. Ah, Essen. Geil. Ah, geil. Essen. Will essen. Was macht Rahu am Boden? Habe ich ihn verprügelt? Arbeitspensum. Gute Idee. Ich muss auch mal arbeiten. Wäschereistelle. Ich arbeite bereits da? Ach, komm schon. Äh, saubere Wäsche. Schmutzige Wäsche. Cool. Waschen. 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 Herstellung. Tagebuch. Steuerung. Optionen. Oh, scheiße. Nehmen. Nehmen. Saubere Wäsche. Saubere Wäsche. Rein. Rein. Danke. Oh, noch was rein. Oh, kann man nochmal abholen. Doch was. Mach rein. Ach, kacke. Na gut. Na. Hör auf. Nicht ewig Zeit. Da wurde jemand verprügelt. Ja, ich war mich auch noch nicht mal an. Oh, kacke. Waschen. Genau. Oh, gute Idee. Ah, ist das gut. Kann ich wieder rausgehen? Ich muss nicht mal duschen. Ist da oben noch eine Dusche? Nein, ist eigentlich nicht. Ist keine Dusche. Ich bin nackig. Ja, was für ein Tag. Ich darf noch nicht mal raus aus der Dusche. Ich wollte noch fertig arbeiten. Warte mal, bist du... Ah, das Agent 44. Dem muss ich nämlich gleich helfen. Abzulenken. Wieso lauft ihr alle da unten? Wieso seid ihr so schnell? Au. Au. Hey, wo seid ihr alle? Wieso kriegt ihr alle immer Essen? Ah. Das ist wohl schwer. Man kann hochhauen. Aber heute ist immer noch der gleiche. Hinsetzen. Essen. 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 Ich... Warte. Stopp, 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 stopp. Aus. Absitzen. Genau. Wie... Ah, der Vingio wurde K.O. geschlagen. Ja, passt. Und da. Nein. Da. Da. Wieso mag der mich nicht? Atemfreizeit. Hey. Da oben. Komm, bist du... Bist du der Richtige? Nein, du bist... Du bist Nathan. Hey, wo ist der? Der braucht doch meine Hilfe. Ich kann nicht helfen, wenn er sich nicht helfen lassen will, wenn ich noch nicht mehr weiß, wo er ist. Äh, wo bin ich? Kann ich da wieder rein? Scheiße. Hi, PGLP. Ach, Kacke. Raphael. Wer bist du? Alter Mann. And Joe. Bentley. Hey! Würde machen. Ups. Ey. Ey. Sorry. Ich nehme dich wieder runter. Da. Ich wollte nichts machen. Ich habe ihn nur hochgehoben. Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Abendfreizeit. Brucie. Verdammt. Wo ist der? Nathan. Es ist so dunkel. Ich sehe hier nichts. Oh, verdammt. Ey, ich will runter. Wer bist du? Brucie. Was willst du, Brucie, immer? Joe. Vinio. Vinio. Nein. Ich bin ja gar nichts. Raoul. Sorry. Brucie. Hallo, wo ist der? Ich würde gerne wissen, wo mein Zimmer ist. Das ist mein Zimmer. Oh, das ist Raphael. Das ist meiner. Was habe ich denn alles dabei? Oh, ich habe eine Mission, genau. Sorry. Sorry. Ich bin da. Hä? Wieso hast du einen Weg, Shadowfell? Der Gewinner? Raoul und Joe. Ich würde schon... Ich bin ja schon auf dem Weg. Ich habe eine Glotze, cool. Schade, ich konnte dir nicht helfen. Ansonsten würde ich entdeckt worden. Schade, erste Mission gleich gefällt. Wenigstens... Oh, ich... Äh. Kann ich wenigstens heute noch... Ey, wieso liegt das Scheiße rum? Raoul. Okay. Oh, oh. Der ist aber auf mich. Sorry. Äh, hier. Okay, hier. Bitteschön. Äh. Scheiße. Ja, dankeschön. Aber jetzt hassen mich alle. Raoul und Joe. Cheap hat eine Neugier, sei es selbst ganz oben auf der Prügellistik. Willst... Officer Cheap hat sich mit seiner Neugier selbst ganz oben auf die Prügellistik. Ist das jetzt... Willst du das... Nein. Ich will niemanden verprügeln. Officer Irrigin. Officer Cheap. Da ist Officer Cheap. Aber ich habe keine Waffen. Na, egal. Ah. Na, egal. Bis zur nächsten Folge von Let's Play. Der Escapes ist... Ich brauche was zu essen. Immerahn... Ich bin convinced bist du mit einem선 Ber Ditablann. Er mourn. Ich bin bin. Traurbar- geometry. Först du mit dir. Nicht. Be 엄bo. Oh, ist es Sport. kills! Und automatic. Vielen Dank.